Er erzählt keine Märchen. Aber das stimmt. Genau. Boah, lass ihn doch. Mal mitkommen. Finde ich auch. Yippie. Ach, und wer bleibt dafür hier? Keine weiteren Fragen. Aber wie fies. Du bist noch zu klein. In zehn Jahren denke ich noch mal drüber nach. Du bist so gemein. Ich bin nicht klein. Ist ja gut. Willst du einen Saft? Oh ja, danke sehr. Bist ja doch noch ein Kind. Reingelegt. Ich hasse dich. Stressig. Dafür habe ich jetzt kein Loch mehr in der Backe. Ruffy, denk auch mal an deinen Boss. Bitte? An den Boss? Genau. Immerhin ist das dein Chef einer ganzen Piratenfandet. Er kennt die lustige Seite des Piratenslebens. Aber auch die gefährlichen Tale. Verstehst du? Wir wollen uns nicht über dich lustig machen. Wir meinen es nur gut. Von wegen, Schätz will mich doch bloß ärgern. Nicht schwimmen. Ich wusste es. Was gibt es da zu lachen? Ich verstehe dich ja. Aber sich deswegen aufregen? Ey, warte, Raffi. Los, lass los. Das glaube ich einfach nicht. Der Arm dehnt sich. Das darf doch nicht. Das kann nicht. Was ist das? Weg. Unsere Gumm-Gumm-Frucht. Raffi, was hast du tun, wenn ich sowas gegessen? Äh, doch zum Nachtisch. Das war eklig. Der Schatz des Meeres. Die Frucht des Teufels. Die Gumm-Gumm-Frucht macht dich zum Gummimensch. Und du kannst nie mehr schwimmen. Was? Nein? Ah! Ich bin idiotischer Idiot. Stimmt es, dass ihr nicht mehr wiederkommt? Äh, ja. Wir waren ganz schön lange hier. Nun sagen wir Adieu. Das ist sehr, dass ihr jetzt eine wunderbare Infernungssequenz habt. Und die kann ich wirklich Noten spielen. Und zwar von Tuxedo Mask. Nein, nein. Es muss irgendjemand schnell vor mir stehen, wenn ich sage, jetzt. Und wenn ich wieder merke. Oder ich komme schon gleich mal. Statt mal schnell hier an. Also, Achtung, Achtung. Sind wir bereit? Ja. Wie der Boss steht es da. Like a boss. Wie lange müssen wir noch? Acht Minuten. Neun Minuten? Das wird immer schlimmer. Also, ob sonst noch irgendjemand, irgendeine Verwandlungsssequenz? Lied? Er war immer noch für das Lied. Jetzt, jetzt kommen dann Lanz und die Letzten. Können wir messen an das Glöten? Aber, wenn wir anzünden. Also, wir haben noch einen Rettplatz. Hier noch vom dritten Platz sehe ich immer noch nicht. Sobald die Lenden da sind, können wir dann eigentlich weitermachen. Ja. Dort hinten ist schon irgendwie ein Assiasin. Sehe ich das richtig? Assiasin? Bitte, keine Leute umbringen heute. Wirklich. Weil das sind ja alles geläufelt. Und auf dem Abend. Bitte. 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 Jetzt kommt das neue Spiel rausgekommen. Und jetzt weiss, dass es toll ist. Was ist Krio? Was ist Krio? Krio! Ah, es hört. Können wir jetzt in der Zwischenzeit? Nein. 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 Es geht! Sven! Bring mir eine Comic! Bring mir irgendeine Comic! Singe! 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 Weihnachtsleben. Kommt nur oben, wenn du auch mitmacht. Ja! Müsst du sein, so. Wir machen hier jetzt, den komplett verfreuliert. Hier noch in den Sternen. Im Sternen. Oh, Creeper-Man! Oh, Creeper-Man! Mega-Bells! Oh, Creeper-Man! Oh, Creeper-Man! Oh, Creeper-Man! Chick-Bit! Da-dum! 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 Wir haben alle performen! 3, 2, 1, go! Wir stoppen! Wir stoppen! Wir stoppen! Wir stoppen! Mit was? Welches ist denn das? Wir stoppen! Digimon Open! Digimon Open! Sag es bitte mal in die Kamera! Digimon Open! Digimon Open! Digimon Open! Digimon Open! Digimon Open! Digimon Open! Oh, what time is to ride and run like both I say! Wey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what time is to ride and run like both I say! Oh, can we do the party? How did it rock? Is there an echoingCD? Oh, hi-yo! Oh,ekenan im River. Oh, so e-so did not be let the hungry! E-so did not cut it outta the way! D亞ling! what are you that we do? Oh, that'm holy! It can't be-so yes! Oh, that's so amazing! Wow! Doch wir wissen nicht, was machen wir. Wir gehen da in der Wirtschaft, wir werden die Fahrt. Wir sollten wegstellen, wir stehen gefahren. Alles, was wichtig ist, müssen wir erkennen, wenn es euch gefallen ist. Ja, bleib, glaube ich, wie schön, du bist bereit. Glaub an dich, weil es ist so weit. Aber bei mich ist sie, wenn bald wir sein, zahlbereit. Ich nehme euch schon mal eine Frage, Joker und Various, Little of Wonderland, Wonderworlds, Wonderful World, Wonderful Wonderworlds, was du eine bekannte Zunge hast, und zwei Beklats. Darf ich vorstellen, auf Bühne bitte, aus dem, glaube ich ist ein Anime, steht es so über den Druck, Singing of the Dragon, June. Hallo! Erzähl uns jetzt etwas zu deinen Charakter, und ein bisschen etwas zu, ist es ein Anime, oder? Nein, nein, es ist ein Programm, das eigentlich singt. Es ist weder ein Anime noch ein Manga, ich kann auf youtube.com gehen, und dann wird es dort, kann man eingeben, Bumi, Singing, Sampey of the Dragon, und ja, und dann kann man das Lied hören. Ist das ein bisschen versteckte Überhärmung für dich gewesen? Nein, gar nicht. Ich weiss wer die Brünerin ist, ich weiss wer die Brünerin ist, ich weiss wer die Brünerin ist. Was? Ich weiss wer die Brünerin ist, von denen wir mitgemacht haben. Darf ich auf die Bühne bitten, ich glaube er ist dort schon da, Matthias Winzer als Rind. Und wir haben eine absolute Premiere, das ist das erste Mal in der Geschichte vom Cosplay-Reparat vom Comic-Shop, wo ein Mann von einem Bub! Und was ist das denn? Und was ist das denn? Und was ist das denn? Ich weiss nicht, was das immer ist. Ich glaube schon, ja, 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 doch, doch. Soviel Testen für euch und auch für die Brünerin. Noch ein Rund. Nachher dann hinter der Brünerin. Und dann für die Brünerin. Das wärs gleich vom EISO wieder gewesen. Für die Buchmesse, alles Awww. Eins, zwei, drei Awww. Wir sind sicher nächstes Jahr wieder dabei, so gutes Buch-Basel gibt und so gutes Comic-Shop gibt. Dass es den Comic-Shop wieder geht, geht fliessig für einkaufen. Wimmst du den Van der Sohn? Nein. Ah, es lähten wir uns schon. Stimmt! 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 Paralelgano Einer!